Willkommen zurück. Heute ist der 2. Dezember 2015. Die Rabattaktion auf playmobil.de geht weiter und heute wird es zu jeder Bestellung einen Weihnachtsmann-Schlüsselanhänger dazu geben. Ich habe dazu mal auf playmobil.de geschaut, ob es den eventuell auch zu kaufen gibt und habe dabei einen Preis von 2,99€ gefunden. Wer den Schlüsselanhänger also eh bestellen wollte, der kann sich heute die 2,99€ sparen. Da nur noch mal als Tipp, ab 45€ gibt es Versandkosten frei.